Ja, hallo. Nachdem ich jetzt einige Beiträge zum Thema Do-It-Yourself-Visualisierungen leicht gemacht veröffentlicht habe und auch dazu meinen Podcast gestartet habe, wollte ich dir heute einen Einblick in eine der drei Apps geben. Und also die drei Apps, die ich vorgeschlagen habe, sind ja Sketches, Procreate und Concepts. Nun ist Sketches nach meinem Eindruck eine super Einsteiger-App für alle, die erstmal ausprobieren wollen, wie es ist, digital zu zeichnen. Und nun kann Sketches auch direkt eine Aufnahme innerhalb der App, weshalb ich das jetzt direkt mal mache und dir einen kurzen Überblick über die App Sketches gebe. Und wenn du dann Fragen hast, lass mich diese einfach wissen. Also, viel Spaß! Also, hier siehst du die App Sketches und du siehst auf der linken Seite deine Werkzeuge. Also bis hierhin gehen die Schreibwerkzeuge. Danach hast du ein Musterwerkzeug. Hier ist der Eraser, also der Radiergummi. Hier ist ein Verwischstift. Das ist der Zerschneidstift, beziehungsweise hier kannst du deine Inhalte auch umverteilen und hier ist das Lineal. Auf der anderen Seite sind oben die Ebenen und darunter liegen dann die Deckkraft und die Größe deines Pinsels. Und wenn wir jetzt von einer folgenden Situation ausgehen, dann stellen wir uns vielleicht vor, dass wir eine Skizze machen wollen zum Thema Ich habe eine Prüfungsvorbereitung und bin darüber nicht glücklich, benötige aber den Schein. Dann stelle ich mich jetzt vielleicht da als unglücklich und weil ich habe viel um die Ohren und dann noch diese Prüfung. Und mit diesen ganzen Büchern und einem Stapel, der zu lesen ist, an Papier. Und hier auf der anderen Seite vielleicht einfach noch ein paar Bücher, die zu lesen sind. Also das ist schon tatsächlich eine Situation, die ich vielleicht nicht brauche. Und ich hoffe vielleicht einfach darauf, dass ich dann von dieser Lernsituation, in der ich quasi einiges an Stress habe, diese Prüfung dann auch bestehe und das kann ich in einem anderen Stift mal auswählen. Das ist das Grün der Hoffnung und der ist jetzt relativ dick, aber das passt für die Demo ganz gut. Und ich kann sonst auch natürlich den hier kleiner machen und ich hoffe, dass ich das Zertifikat erhalte, weil ich das benötige. Und dazu wähle ich wieder das Schwarz. Hier ist das Zertifikat, was ich dann hoffentlich erhalte, mit dem ich dann natürlich auch strahlend weitermachen kann. Bestanden. So, wenn ich das jetzt farblich machen möchte, also jetzt gucke ich vielleicht erstmal, dass ich hier das ein bisschen klein mache, diesen Teil, damit ich das mehr ins Mittelpunkt rücke. Dazu nehme ich das Zerschneidwerkzeug und gehe dann einfach mit den Fingern, verkleine das einfach mit den Fingern, also mit den beiden Fingern, die ich zusammenziehe, dann habe ich es ein bisschen kleiner und wenn ich jetzt mein Zertifikat noch bunt machen möchte, sollte ich die Ebene unter meinem Konturstift auswählen, damit ich nicht meine Konturlinie überzeichne. Ich wähle wieder dafür den grünen Stift aus und setze hier dann entsprechend meine farblichen Akzente. Und ich kann hier auch nochmal eine andere Farbe auswählen. Also die Gestaltung ist, denke ich, etwas anders in der Gratis-App als hier in der Pro-Variante. Ich empfehle trotzdem, dass du erstmal ausprobierst, ob die App etwas für dich ist, bevor du die Pro-Variante kaufst. Und hier strahlt alles. Und das ist im Grunde jetzt schon auch die Visualisierung. Die kann ich hier auch ganz leicht exportieren, indem ich sie im Album speichere und somit kann ich sie jetzt gut weiterverwenden in anderen Kontexten, zum Beispiel in einer Präsentation. Ich kann nochmal an dieser Stelle die Watercolor empfehlen und die findet sich hier. Weil die ist echt eine tolle Funktion. Gut, dann möchte ich dir Gutes ausprobieren und wenn du Fragen hast, dann...